Der Römerbrief. Wir sind jetzt schon einige Wochen im Römerbrief unterwegs. Ich freue mich mit euch, das gemeinsam hier auch durchzugehen. Und das ist so ein starkes Buch. Das Oberthema, das seht ihr ja auch in unserem Predigt-Trailer, heißt das Evangelium der Gnade. Und wir haben bereits schon sehr viel von Gnade gehört. Und manchmal habe ich das schon gehört, ich habe es auch vor einiger Zeit nochmal gehört, dass Leute sagen, aber das mit der Gnade ist doch gefährlich. Nach dem Motto, ja, ist doch eh alles Gnade, ist doch egal, was ich mache. Und wenn ich den Karren gegen die Wand fahre, dann kriege ich halt einen neuen. Das ist so ein bisschen wie bei Computerspielen. Ja, du kennst das ja sicherlich. Du hast ja irgendein Computerspiel und hast vielleicht ein Autorennen und crasht mit dem Auto drei, vier, fünf Mal und dann fängst du das Spiel halt nochmal neu an. Und es passiert nichts. Aber Paulus sagt dazu Folgendes, und so steigen wir auch schon ganz steil ein. Und ich hoffe, du hast eine Bibel dabei, Römer Kapitel 6. Wir werden das auch einblenden, aber trotzdem das einfach mal so mitzuverfolgen. Da steht im Vers 1, was wollen wir nun sagen? Sollen wir jetzt in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Mit anderen Worten, nein, das wird nicht passieren. Also wenn man jetzt vielleicht von billiger Gnade redet oder irgendwas. Wenn du wirklich begriffen hast, wobei es bei Gnade geht, das wird genau das Gegenteil bewerben. Schau mal, wenn du das jetzt mitverfolgt hast, diese Kapitel, die wir uns schon angeschaut haben. Da ging es um unsere alte Natur auch, in den ersten Kapiteln, gerade auch in Kapiteln 5. Da wurden ja einige Dinge nochmal angesprochen. Leben im Minderwert, verurteilt sein oder verurteilt fühlen oder in der Angst leben oder daneben hauen oder beherrscht sein. Und die Frage ist doch dann, wer will denn dahin freiwillig zurück? Das ist doch nichts, dass man dann sagt, ich bin jetzt so beschenkt und ich bin frei und ich habe Frieden mit Gott, war das Thema in Römer 5. Und zu sagen, dieses Geschenk der Gnade, das habe ich erlebt und ich will dahin nicht mehr zurück. Letzte Woche hat Heiko da nochmal drüber gesprochen. Römer 5, Vers 5, wo es heißt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das war so powerful, so ermutigend, einfach auch zu sehen, darin können wir leben. Und ich gehe da freiwillig nicht mehr zurück. Aber zugegeben, wir haben es natürlich mit unserer alten Natur zu tun und wir fallen da sehr schnell auf irgendeiner Seite vom Pferd wieder runter. Zum Beispiel im Blick auf Minderwert. Im Kapitel 5 haben wir das gesehen, diese Liste von dem alten Adam, dass ich plötzlich wieder den Eindruck habe, boah, ich bin so schlecht oder guck mal, wie schlecht du bist. Oder auf der anderen Seite tatsächlich Gleichgültigkeit. Nach dem Motto, hey, was soll der Stress? Ist doch eh alles Gnade, ich habe es eben angesprochen. Das ist aber nicht das, was mein Leben ausmacht, aber ich kann natürlich schnell in das Ding reinfallen. Und darum, und da sind wir auch beim heutigen Thema, im Römer 6, darum ist es wichtig, dass unser Leben eine Proklamation ist. Ein Bekenntnis, ein Zu-dem-Stehen, das Ausdrücken und das Leben. Und Römer 6 ist, da geht es um Proklamation. Und Römer 6 besteht aus zwei Hauptteilen. Die erste Proklamation, von der wir heute hören und lesen, ist die Proklamation durch deine Glauben. Und das wird deutlich in der Taufe. Und die zweite Proklamation, da geht es um dein Leben. Und das schauen wir uns jetzt mal hier so systematisch an, gehen mal zusammen durch die einzelnen Verse. Punkt 1, die Proklamation der Taufe. Du hast ja mit deiner Bekehrung keinen Heiligenschein bekommen, wo die Batterie dann angeht und der leuchtet dann immer, wie das auf den alten Gemälde oft zu sehen ist. Du hast es auch nicht eintätowiert bekommen. Du hast auch keine Urkunde bekommen, auf die du immer schauen kannst. Das Ganze läuft ja im Herzen ab. Das ist ja eine innere Geschichte, dass du dich zu Gott bekehrt hast, dass du jetzt mit ihm lebst. Und darum war die Idee Gottes, das Ganze unwiderruflich als eine Proklamation zu machen. Weil er genau weiß, dass wir schnell vergessen. Und weil er genau weiß, das ist innerlich, das ist nichts Sichtbares. Und deswegen hat er uns was Sichtbares gegeben. Das war die Idee der Taufe. Das ist eine Proklamation für dich. Das ist eine Proklamation nach außen. Und eine Proklamation wirklich auch gegenüber der unsichtbaren Welt, gegenüber dem Teufel. Die Proklamation lautet, dieser Mensch hier ist nicht mehr der Alte. Es ist was Neues. Ihm ist vergeben, er ist erlöst, er hat ein neues Leben, er ist neu geboren. Und das wird sichtbar in dieser Illustration einer Taufe. Schaut mal, Vers 3 steht, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Und da steht das Wort Baptisto, kommt auch dieses Baptist oder Baptisten her. Das kennst du sicherlich auch, die Denomination, die sich darauf stark beruft. Baptisto heißt untertauchen. Das ist tatsächlich, das ist wortwörtlich gemeint, wenn etwas eingetaucht wird oder was untergeht. Und das ist auch nicht symbolisch gemeint. Und deswegen nimmt Paulus das hier auf und erklärt, was in der Taufe passiert. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Und wenn er anfängt damit, Vers 3, oder wisst ihr nicht, muss man sagen, ja, viele wissen es tatsächlich nicht, was in der Taufe wirklich passiert. Und schau mal, im Vers 4 heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden. Also ausgehend davon, dass du weißt, Römer 1 bis 4, dass so viel Schmutz ist in deiner Natur, dass sich grundsätzlich was ändern muss. Also am besten begraben. Wir können auch fast sagen, hoffnungsloser Fall. Was soll sich da noch ändern? Aber Gott hatte eine viel bessere Idee. Das heißt tatsächlich, an der Stelle haben wir gesagt, der Lohn oder die Folge der Sünde, die Folge dieses Lebens ist der Tod. Ja, das steht einfach da. Das haben wir ausführlich uns angeschaut. Und Gott hatte eine viel bessere Idee. Er hat nämlich deine alte Natur begraben, indem er für dich starb. Er wurde Mensch, Jesus, lebte, ging ans Kreuz, nahm unseren Tod auf sich. Indem wir an ihn glauben, identifizieren wir uns mit ihm. Ja, und das wird sichtbar in dem Untertauchen in der Taufe. Ja, und das wird derjenige, ich spreche jetzt zu dir, ja, oder auch zu mir, zu Menschen, die das erlebt und erfahren haben, die das nun nachvollziehen in einer dramatischen Erfahrung, sage ich mal. Ich habe dir dazu so eine kleine Illustration mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, ob du den kennst hier. Das ist der Tragikomix von Asterix. Und es ist schon irgendwie ein dramatisches Ereignis. Und ich habe mir so einen Pott Wasser mitgebracht, ja, damit das mal so ein bisschen deutlich wird, um das mal zu erklären, was hier passiert. Jetzt schauen wir uns mal hier die Verse an. Ich möchte die Verse einfach illustrieren. Das bist du, ja, okay? Da heißt es im Vers 4, So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Gut, okay, da liegt er jetzt erst mal begraben mit ihm. Jesus starb am Kreuz. Er starb, er war tot. Also hier das Symbol untertauchen. Und während die Bekehrung innerlich abläuft, ist ja die Taufe was Äußerliches, ja. Und zwar ist das jetzt das Vollziehen dieser Proklamation. Aber es bleibt nicht dabei. Ja, Jesus blieb ja nicht. Er blieb drei Tage tatsächlich im Tod, ja. Und wie gut ist das nur eine Figur, die lassen wir jetzt mal unter Wasser, damit wir sehen, hier ist ein Mensch, der mit in seinem vollen Bewusstsein untergetaucht wird. Und dann heißt es nochmal, so sind wir mit ihm begraben worden durch die Taufe. Und dann heißt es weiter, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Versteht ihr? Hier wird was gemacht. Du hast vielleicht schon mal bei einer Taufe dabei gewesen. Und ich spreche nicht von einer Babytaufe. Eine Babytaufe ist meines Erachtens nach eine Segnung. Ja, da wird ein Baby, was noch völlig unmündig ist, wird, es heißt getauft, aber da bin ich mal so frei, da sehe ich keinen biblischen Bezug da drin, sondern wir sehen im Neuen Testament immer diese Geschichte. Da waren erwachsene Menschen, die haben gesagt, ich will mit Jesus leben. Er hat mich frei gemacht und das dokumentiere ich in der Taufe, in diesem Untertauchen. Vers 5 heißt es dann, denn wenn wir verwachsen, das ist ein ganz starkes Wort, verwachsen, eins werden, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, untertauchen, Jesus ist gestorben am Kreuz und du als Mensch, der das im vollen Bewusstsein tut, lässt sich auch untertauchen, ja, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Und das erkennst du eben in der sichtbaren Taufe. Ich, meine alte Natur, ist mitgekreuzigt worden. Das ist keine Tat, das ist keine, keine, irgendeine Leistung, verstehst du, das hat mit Leistung gar nichts zu tun, sondern du sagst, er hat es für mich geleistet, er hat es vollzogen, das passiert. Und da steht jetzt, und da steht jetzt einfach hier, Entschuldigung, ich tauche mal wieder auf. Hier kann man sagen, in Galater 2, Vers 20 wird das gut begründet. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Weil ich aber jetzt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Merkst du, das ist die Proklamation, die ich da zum Ausdruck bringe. Oder Kolosser 3 heißt es, Vers 9, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, also das ist ein anderes Bild, ja, ausziehen, ähnlich wie bei der Taufe, mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt, also auftauchen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Und das ist deine Proklamation, ja, und da steht er dann, ja. Da steht er, ich finde, der steht, der ist ziemlich selbstbewusst hier, steht er dort, ja. Und das darfst du zum Ausdruck bringen. Das ist dein Leben. Die lassen wir jetzt mal da stehen im Hintergrund. Damit, ja, damit, da wird es nochmal erklärt im Vers 6, der Leib der Sünde abgetan ist, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass der Dragikomix nie wieder sündigt. Oder du oder ich. Aber, schön wäre es, ja, aber das soll bedeuten, Satan hat keinen Anspruch mehr. Das heißt, ich bin durch dieses Wasser gegangen. Versteht ihr? Das ist wie so eine Grenze, dass ich sagen kann, ja, ich habe mich mit Christus identifiziert und er hat sich mit mir identifiziert. Deswegen tauft man auf den Namen des Vaters, er ist jetzt mein Vater, auf den Namen des Sohnes Jesus Christus, er hat mich erlöst, ja, er hat das für mich getan und auf den Namen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der lebt jetzt in mir und der wirkt in mir. Und ich möchte jetzt mit diesem Geschenk leben. Ich weiß nicht, wer von euch diesen alten Film Spartakus noch kennt mit Kirk Douglas. Ist ja ein bisschen alter Schinken. Und da heißt es an einer Stelle, da hat der Drehbuchautor dem Spartakus Folgendes in den Mund gelegt, diesem Sklaven. Da sagt er, der Tod ist die einzige Freiheit, die ein Sklave kennt. Darum hat er auch keine Angst davor. Finde ich eine starke Aussage tatsächlich für den Sklaven. Ist der Tod und das wäre die Freiheit. Aber für uns ist es dieser symbolische Tod. Christus ist für uns gestorben und ich identifiziere mich mit ihm. Und das macht was mit ihm. Diese Proklamation, die hilft mir. Ich habe mich als 17-Jähriger taufen lassen. Ich hatte bis dahin Wahnsinnsprobleme damit, immer wieder zu denken, boah, ich gehöre nicht zu Gott, weil ich wieder irgendwie gesündigt habe oder so. Aber dieser Moment war so ein ganz starker Moment, obwohl ich schon lange mit Jesus gelebt habe, einfach mich darauf zu berufen und auch dem Teufel zu sagen, wenn diese inneren Stimmen kamen. Nein, ich gehöre zu Jesus. Ich habe das damit proklamiert und Jesus steht zu mir. Vielleicht nochmal hier abschließend die Verse, Vers 8 wird es nochmal erklärt. Wenn wir aber nun mit Christus gestorben sind, untertauchen, so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden, auftauchen. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr sterbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Das ist der Punkt. Das ist die Proklamation in der Taufe und das ist mein erster Hauptpunkt. Und meine direkte Frage an dich ist, hast du das schon erlebt? Hast du die Taufe für dich ganz persönlich erlebt und nachvollzogen? Und darum geht es nicht, ja, ich habe mich ja gestern bekehrt und dann kann ich das machen. Oder ich habe mich vor 30 Jahren bekehrt und das ist schon viel zu lange her. Oder ich habe mich als Kind taufen lassen. Sondern wirklich hast du diese Erfahrung gemacht, im vollen Bewusstsein mit Christus. Du stehst da, wir werden in einiger Zeit, hoffentlich in Kürze, eine Taufe machen. Wahrscheinlich am Breitenauer See. Wir werden da hingehen, vielleicht aber auch an einen anderen Ort. Das ist gerade noch in der Abklärung. Und wollen das machen ganz simpel einfach mit allen, die da eingeladen sind. Einfach dieses vollziehen. Und ich möchte dich echt ermutigen, wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast. Das wird deinem Glaubensleben richtig beflügeln. Weil das hat Gott uns geschenkt. Als eine Proklamation. Weil er uns kennt. Das ist der erste Hauptpunkt. Der zweite Hauptpunkt ist eine andere Art der Proklamation. Denn Proklamation heißt ja, etwas zum Ausdruck bringen. Etwas zum Ausdruck bringen, was in mir ist. Nach außen zu bringen. Und ich glaube, unser ganzes Leben sollte eine Proklamation sein. Sollte etwas sein, damit Menschen gesegnet werden. Zum einen im Aussprechen dieser Realität. Zum zweiten im Erkennen, was das für dich bedeutet. Und im dritten zum Anwenden für deine Berufung. Schau mal. Schauen wir uns das mal an, dieses Aussprechen. In Vers 12 steht, so sollen nun die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib. Damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Das ist so eine Proklamation schon, die ich aussprechen darf, wenn Paulus das schreibt. Im Grunde genommen sagt er, hey, das ist Gottes Wort. Das darfst du zum Ausdruck bringen. Du darfst sagen, die Sünde sollen nicht mehr über mich herrschen. Heute wird ja Freiheit häufig so interpretiert, dass du einfach das tust, was du willst. Aber das ist eigentlich keine Freiheit. Sondern da lebst du nur das aus, was dein Verlangen ist. Ein ganz simples Beispiel. Ich esse gerne abends. Ich esse gerne herzhaftes Abends. Ich esse auch gerne süßes Abends. Und je später der Abend, umso mehr Hunger habe ich. Ich könnte auch eine ganze Tüte Gummibärchen futtern abends. Aber mache ich das? Nein. Weil ich weiß oder weil ich das erlebe, seit meinem 40. Lebensjahr, da wird man nicht nur schlau, wie das so ein Sprichwort sagt, sondern das setzt auch alles an. Deswegen muss ich aufpassen. Das Zeug setzt an und ich werde auch, wenn ich zu viel futtere, werde ich auch nachts nicht gut schlafen. Darum sage ich mir, ich will das nicht mehr. Auch wenn diese Begierde da ist. Wenn dann Leute um mich rum sitzen vielleicht, wenn mein Sohn da ist und kommt mir natürlich Gummibärchen und so weiter. Das ist schon ein Kampf. Aber meine Freiheit in dem Punkt ist, nein, ich will das nicht. Versteht ihr? Und dieses, so bin ich eben, kann das sehr gefährlich sein. Wenn du sagst, ich habe die Freiheit, so bin ich eben. Das ist auch kein Zeichen von Freiheit. Das gilt auch im Blick auf deine Kommunikation. Das gilt im Blick auf dein Konsumverhalten. Das gilt im Blick auf dein Essverhalten und im Blick auf dein moralisches Leben. Und so eine Freiheit, die führt dann auch schnell zu Streit, zu Wut, in Zwänge, in Sucht oder macht dich kugelrund. Und damit schadest du dir selbst und vielleicht auch anderen. Das ist keine Freiheit, das ist Sklaverei. Das gilt übrigens auch in Bezug auf Religion. Deswegen ist auch der Römerbrief besonders wichtig für Menschen, die halt leiden unter so Zwängen, unter einem religiösen Zwang. Wenn dein Glaube ein Korsett ist, ein Regelwerk, ein Zwang, dann beherrscht dich das auch. Dann bist du auch nicht frei. Und da, und das ist dieser erste Punkt dazu, darum ist es wichtig, das auch immer wieder auszusprechen und zu proklamieren, was deine Realität ist. Vers 12. Ich lasse mich nicht beherrschen. Ja, für mein Leben, für dein Leben, eine ganz wichtige Sache, das zum Ausdruck zu bringen. Ja, die Begierden sind da, ja, das Ego ist da, das Temperament ist da, der Minderwert ist da, das abgelehnt sein, das nicht zu genügen, das Gefühl. Aber ich sage diesem Gefühl, du bestimmst nicht mehr über mich. Ich, Vers 12, lasse mich nicht mehr beherrschen. Das ist kein Blabla, das ist ja eine Tatsache. Das ist eine Proklamation, die ich zum Ausdruck bringe. Ich habe von einer alten schwarzen Frau gehört, das liegt natürlich schon ganz lang zurück, und zwar nach dem Bürgerkrieg in den USA, im Süden der USA. Ja, die hat Folgendes gesagt. Die sagte, bin ich jetzt frei oder nicht? Wenn ich meinen alten Herrn, sie nannten das Master, wenn ich meinen alten Master frage, dann sagt er, nein, du bist nicht frei. Wenn ich meine Leute frage, sagen sie, du bist frei. Was denn nun? Einige Leute sagen, dass Abraham Lincoln eine Proklamation unterzeichnet hat, aber mein Master sagt, hat er nicht, er hat kein Recht dazu. Ich finde das Beispiel super, weil dein neuer Herr, Jesus, Gott, hat diese Proklamation unterzeichnet. Wir haben das vorhin gesagt, ja, das wird ja in dem ersten Punkt deutlich, in der Taufe, im Glauben. Und diese Proklamation sagt, du bist frei. Du bist keine schwarze Sklavin mehr, Sklavin deines Herren. Du bist frei, auch wenn dein Master kommt und sagt, nein, du bist nicht frei. Doch, du bist frei. Aber das anzunehmen, das zu glauben und das zu leben, das ist der Punkt. Vers 14. Also, Proklamation in dem Sinn Nummer eins, das zu sagen, das auszusprechen, daran festzuhalten. Darum haben wir übrigens die Bibel, das Wort Gottes. Aber das führt ja in die Tat. Das ist ja keine Theorie. Das hat zur Folge, am Beispiel dieser Mama von eben, dass sie sagen darf, ich bin nicht mehr das Werkzeug meines Masters. Das ist vorbei. Ich baue mir jetzt meine eigene Existenz auf. Und das bestätigt die Proklamation, die Abraham Lincoln damals unterzeichnet hat. Das ist der Kernpunkt. Und darum steht auch im Vers 13, gebt euch, gebt auch ihr nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ich hatte euch mal vor einigen Monaten dieses Bild gezeigt, die Illustration vom Kino, von einem Filmprojektor. Das ist ja heute alles digital, aber nur das ein bisschen besser zu beleuchten. Ich habe das mal in einem Buch gelesen. Dieser Autor sagte, die Seele ist so ein Projektor. Die Filmrollen, heute würde man sagen, die Dateien, die lauten entweder, ich tue, was ich will, Lust, beherrscht werden oder halt eben Leben, Freiheit. Und dann sagt er, der Vorführer bist du und du entscheidest, welchen Film deine Seele zeigt und was auf der Leinwand deiner Fantasie abläuft. Aber das Programm, das dich beherrscht, und bei einem Film ist ja das immer gefährlich, dass man da einfach laufen lässt, ja. Aber das Programm, was da läuft, das wird dich irgendwo beherrschen. Und darum ist es wichtig, hier eine klare Entscheidung zu treffen, ein klares Statement zu treffen und sagen, das steht hier, ich bin und ich will ein Werkzeug für die Gerechtigkeit sein. Mir gefällt dieses Beispiel mit Werkzeug auch gut, ja. Werkzeug ist ja etwas, was du in der Hand hältst, mit dem du arbeiten kannst. Ich liebe Werkzeuge, ich liebe auch Handwerke, ich mache das total gern, ja. Jetzt auch in der T70, so diese praktischen Arbeiten, ich finde das richtig, richtig klasse, wenn man Dinge umsetzen kann und bewerkstelligen kann. Und wisst ihr, es kommt gar nicht so sehr auf, ich weiß, das ist jetzt auch eine Provokation vielleicht für manchen Schwaben, es kommt gar nicht so sehr auf die Qualität des Werkzeugs drauf an, auch wenn vielleicht hier 90 Prozent der Zuschauer eine Blue Bosch zu Hause irgendwo liegen haben, ja. Es reicht auch, und jetzt bin ich noch ketzerischer, wenn ich meine Einhellbohrmaschine auspacke für 35 Euro und komme vielleicht sogar weiter damit wie ein anderer, der die besten Werkzeuge hat, weil er nicht geschickt ist im Umgang mit den Werkzeugen. Mein Vater hatte nie die besten Werkzeuge gehabt, er konnte sich die gar nicht leisten. Aber er ist geschickt, er hat Häuser gebaut ohne Ende, ja. Und weil er diese Gabe hatte, diese Begabung. Und weißt du, du bist ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und das passt jetzt auch, ja, wenn du den Eindruck hast, ich tauche doch nichts. Doch, in der Hand Gottes bist du ein Werkzeug für die Gerechtigkeit. Und er benutzt das zu seiner Ehre. Und daran darfst du festhalten und glauben. Oder mit unserem Foto- und Videoprofi gesprochen, der jetzt gerade im Moment diese Aufnahmen hermacht, der hat mich mal beraten. Ich wollte mal wissen, so mit Kamera und so weiter, wie macht man das überhaupt, ja. Er sagt, es kommt gar nicht so sehr auf die Kamera drauf an. Wenn es natürlich auch gut ist, man hat eine gute Kamera. Aber es kommt auf den Fotograf drauf an, wie er die Kamera bedient, der dahinter steht. Also das heißt, du kannst die beste Kamera haben für zweieinhalbtausend Euro. Aber es nützt nicht viel, wenn du nicht weißt, wie man wirklich professionell, entschuldige, das zu sagen, ja, ich weiß ja jetzt nicht, wer das jetzt gerade anschaut, aber um da wirklich professionelle Aufnahmen zu machen. Ja, das heißt, ich kann mit meiner iPhone-Kamera, wenn ich geübt bin, wenn ich mich auskenne, vielleicht sogar ein besseres Bild machen. Und das ist der springende Punkt an der Geschichte, ja, dass wir Werkzeuge sind in der Hand Gottes. Er ist der Top-Fotograf. Er ist der Top-Handwerker und er möchte dich einsetzen. Vers 13 nochmal, gebt euch darum Gott selbst hin, als lebendig geworden aus den Toten und eure Glieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das heißt, du bist lebendig, nicht mehr tot. Du bist ein Werkzeug für Gott, was er gerne einsetzen möchte. Deinen Mund, deine Augen, deine Ohren, alles, ja. Deine ganze Person hat dich begnadigt. Du hast es programmiert zum Ausdruck gebracht im Glauben, in der Taufe. Und du hast es zum Ausdruck gebracht, dass du sagst, ich lass mich nicht mehr beherrschen. Das sind die Fakten. Und du glaubst an ihn. Du hältst an ihm fest. Deswegen steht im Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven, der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Wendet es an. Wendet es an. Ich möchte euch trotzdem noch eine kleine Geschichte erzählen. Das ist die Story von Reinhold dem Dritten. Der war Herzog von Geldern in Belgien im 14. Jahrhundert. Dieser Reinhold war stark übergewichtig und wurde allgemein mit seinem lateinischen Spitznamen Crassus bezeichnet, was fett bedeutet. Nach einem heftigen Streit führte Reinholds jüngerer Bruder Edward einen erfolgreichen Aufstand gegen ihn. Edward nahm Reinhold gefangen, tötete ihn aber nicht. Stattdessen baute er ein Zimmer um Reinhold im Schloss und versprach ihm, dass er seinen Titel und sein Eigentum wiedererlangen könne, sobald er das Zimmer verlassen kann. Nun, dies wäre für die meisten Menschen nicht schwierig gewesen, da der Raum Fenster hatte und Türen hatten von nahezu normaler Größe. Die waren nur halt eben ein bisschen enger. Und das Problem war Reinholds Umfang, wie gesagt, weil er sehr, sehr dick war. Und er kam nicht durch diese Tür da durch, weil er nicht so schmal war. Und die Fenstern auch. Und Edward gab ihm halt die Möglichkeit, da rauszukommen. Was er aber machte, Edward kannte seinen Elternbruder und jeden Tag schickte er eine Vielzahl köstlicher Speisen. Anstatt sich aus dem Gefängnis zu verabschieden, wurde Reinhold immer dicker. Als Herzog Edward die Grausamkeit beschuldigt wurde, hatte er eine Antwort parat und sagte, mein Bruder ist kein Gefangener. Er kann gehen, wann er will. Reinhold blieb zehn Jahre in diesem Raum und wurde erst freigelassen, nachdem Edward im Kampf gestorben war. Bis dahin war seine Gesundheit so ruiniert, dass er innerhalb eines Jahres starb. Ein Gefangener seines eigenen Appetits. Das ist eine mega tragische Geschichte. Aber das bringt fast das Ganze nochmal zusammen. Zum einen ist da eine Proklamation, zum anderen muss diese Proklamation aber auch etwas folgen. Ja, du bist frei, aber es dann auch zu leben. Überlegt euch mal, Reinhold hätte rausgehen können, hätte nur abnehmen müssen. Jetzt kam dieses Essen da jeden Tag und er hat sich dann immer den Ransen vollgehauen. Und das ist das, was Gott uns zeigen möchte. Du bist frei. Du bist nicht nur frei von der Proklamation, von Bekenntnis, sondern proklamiere es auch mit deinem Leben. Und lebe das. Das ist auch der dritte Punkt. Das ist so ein befreiendes Leben, dass du da gar nicht mehr mehr tun musst. Und lebe darin. Tu nicht das, was all die anderen sagen. Das ist was für eine Botschaft in der heutigen Zeit. Ich kann es ein Stück weit verstehen, gerade jetzt, wenn Menschen auf die Straße gehen, weil sie es leid sind, diese ganzen Maßnahmen da einzuhalten. Sie fühlen sich eingeengt. Sie fühlen sich auch in so einem Haus sitzen. Aber dieses Beispiel, was ich euch eben erzählt habe, nun, da ist letztendlich nicht Merkel und Spahn schuld, die immer so als die Schuldigen hingestellt werden. Sie tun das Beste, was sie machen können. Sie versuchen, dem Ganzen auch entgegenzugehen. Aber das Problem, das ist in unserem Inneren drin. Das spielt sich in unserem Inneren drin ab. Wir hätten potenziell die Freiheit. Und mein Wunsch an der Stelle ist, dass wir jetzt nach den vielen Monaten, wo wir jetzt schon in diesem Zustand sind und so langsam sich etwas normalisiert, dass wir uns wach rütteln lassen. Und dass wir wissen, in Jesus haben wir die Freiheit. Auch mit Maske, auch mit Hygieneregeln, mit allem drum und dran. Und dass wir aufstehen dürfen und wieder handeln dürfen. Vers 18 noch. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. So, Vers 19 im zweiten Teil, so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Ungereinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt. Zur Gesetzlosigkeit. So stellt euch jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Und hier steht das Wort dienstbar. Du bist dienstbar gemacht. Und weißt du, das hat nichts damit zu tun, dass du sagst, ah ja, die Situation ist jetzt so, ich habe jetzt Kurzarbeit und ich muss jetzt zu Hause bleiben und habe die Einschränkung und kann dies nicht, kann jetzt nicht, das nicht. Sondern egal, wo wir stehen, wir sind dienstbar. Und das ist eine Proklamation, die ich nochmal hier aussprechen möchte an der Stelle, auch zu dir. Steh auf. Komm aus deiner Wohnung heraus und werde wieder neu dienstbar. Nicht wie dieser Rainhold, der da in seinem Zimmer drin sitzt und vor sich hin heult, was hat der Edward mir Böses angetan, dass er mich nicht rauslässt. Er hätte rausgehen können. Und du kannst rausgehen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, rauszutreten, dich, ja, Dinge auch zu bewegen. Ja, manche Leute sagen, ich habe es auch vorher, vorhin irgendwann schon mal gesagt, man hat so den Eindruck, gestern habe ich mich mit einigen Pastoren unterhalten und irgendwo sagen sie, es hat so den Eindruck, als, als sind die Leute wie eingefroren. Sie schlafen, Dornröschenschlaf und warten auf den Prinzen, der sie wach küsst. Und der Prinz ist gekommen. Er ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen, um uns wach zu küssen. Und er sagt dir das heute auch nochmal ganz neu, dass du deine Möglichkeiten nutzt. Vielleicht auch gerade so ein Wort an uns, an uns als City Chapel, an die vielen, vielen Leute, die zur City Chapel gehören. Hey, bete darum. Wo ist dein, wo ist der Punkt, wo du dich einbringen kannst? Und wenn du den Eindruck hast, du kannst nicht raus aus deinen vier Wänden, dann lock dich zum Beispiel an in einem Zoom-Gebet. Sei dabei. Wir haben übrigens jetzt fast jeden Tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag um sechs und um neun Zoom-Gebet. Sechs Uhr ist eine coole Zeit, ja. Da kann man sich auch nochmal so disziplinieren, kann sagen, ja, ich bin frei, ich kann aufstehen, ich mache das jetzt. Und ich bin dabei. Für mich war das gestern so eine mega Erfahrung gewesen. Wir haben gestern mit 15 Vertretern von Gemeinden, Kirchen und Werken den Ostergarten neu ins Leben gerufen. Viele kennen diesen Ostergarten. Das war so ein Moment des Aufblühens, des Wiederbelebens in einer Zeit, wo irgendwie alles brach liegt und alles irgendwie, das Gefühl hast, geht irgendwie alles pleite. Ja, zu sehen, wir kommen zusammen, wir gründen etwas neu, ohne zu wissen, wie wird das im Detail sein, aber einfach zu sagen, doch, es gibt Möglichkeiten. Das möchte ich da einfach aussprechen, auch über dir. Das darf eine Proklamation sein. Sag das jetzt. Nimm dir jetzt im Anschluss an die Predigt. Nimm dir eine Zeit fürs Gebet. Geh in die Stille und sag, Gott, ich möchte dieses Leben, was du mir gegeben hast, wieder ausleben. Ich bin ein Werkzeug. Ich fühle mich verrostet. Gießt du neu das Öl, wenn du so eine Heckeschere hast, die eingerostet ist vom Winter, da musst du so einen Tropfen Öl drauf tun. Und gießt du das Öl deines Heiligen Geistes rein, dass ich brauchbar bin. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Ob das in der Gemeinde ist, ob das in meinem Umfeld ist. Ja, und ich möchte keine Schwermut verbreiten, sondern Leben verbreiten, weil Gott mich gesegnet hat mit Frieden, mit Schalom. Und das zu proklamieren in deinen Worten, in deinen Taten, in deiner Berufung, das ist der Punkt. Und dafür möchte ich noch beten. Und Herr, ich danke dir einfach für diese Zeit, für dieses Römer 6 Kapitel. Und ich möchte hier beten für alle Zuschauer und Zuhörer, dass jeder zum einen diese erste Proklamation erlebt hat. Und es beginnt tatsächlich mit dem persönlichen Glauben an dich. Boah, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der das hört und sagt, boah, gilt das auch für mich? Gott gilt das für mich? Und ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben und komm du in mein Leben und mach mich neu. Ich möchte mich zu dir bekehren, dass du mir neues Leben gibst. Und Herr, und ich bitte dich für die anderen, die vielleicht diese Proklamation, diese Taufe noch nicht erlebt haben, dass sie den Mut haben, diesen Schritt zu tun. Dass sie nicht einfach sagen, ja, meine Eltern haben das irgendwann mal entschieden, dass das für mich halt was anderes dran ist, sondern ganz persönlich eine Entscheidung treffen dafür. Und dann zum Dritten möchte ich dich bitten, diesen Hauptpunkt, den wir hatten, dass unser Leben eine Proklamation ist. Zum einen in den Worten, dass ich einfach sagen darf, ich muss mich nicht mehr beherrschen lassen. Ich muss nicht mehr diesen Lügen glauben. Wir haben im Kapitel 5 viele dieser Lügen auch uns angeschaut. Und ich darf ein Werkzeug sein in Gottes Hand. Benutze du mich zu deiner Ehre als Werkzeug der Gerechtigkeit. Und dieses Wort Werkzeug heißt ja gleichzeitig Waffe und nicht Waffe, um zu zerstören. Ich möchte kein Werkzeug sein, um Negatives zu tun und eine Pseudofreiheit auszuleben und so Menschen zu schaden, sondern ich möchte ein Werkzeug sein in deiner Hand, Jesus, damit Segen entsteht. Und damit ich, damit wir in unserer Berufung leben können, auch wenn Corona jetzt noch zwei Jahre lang geht, dass wir einfach nicht sagen, wir lassen uns nicht lahmlegen dadurch. Und das heißt auch nicht, dass wir dadurch gegen irgendwelche Auflagen verstoßen. Wir wollen genau das tun, was der Staat uns zeigt, aber die Sachen nutzen, die wir in diesem Bewegungsraum haben und du hast uns zur Freiheit berufen. Und das wollen wir tun. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt mit uns gehst, und segnest. In Jesu Namen. Amen. Cool. Und wie gesagt, nutz doch einfach jetzt noch, wenn du auf YouTube bist oder wenn du auf unserem Online-Gottesdienst bist, dann wird jetzt als nächstes dieser Gebetsvideo-Countdown erscheinen. Da bete einfach, nimm dir Zeit, wenn du dir das Video so anschaust, schalt den Video ab, geh in die Stille und nimm einfach nochmal eine Zeit und beweg dieses Kapitel vor dir. Ich denke, es gibt genug Entscheidungen, genug Punkte, die es gilt umzusetzen. Wenn du sonst Fragen hast, dann schreib uns an info at City Chapel. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann schreib an gebet at City Chapel. Wir werden für dich beten. Wir werden dich auch gerne zurückrufen oder schreiben, Termin mit dir ausmachen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und nächste Woche geht es dann weiter. Tschüss.